Musik Was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen jetzt Infamous Second Son auf der Playstation 4 Und nach all den Jahren ist leider bis heute kein Nachfolger angekündigt Denn Infamous Second Son ist für mich immer noch einer der coolsten Exklusivtitel für die Playstation 4 Über dreieinhalb Jahre ist es schon her März 2014 kam der Titel raus Ich habe den damals auch Let's Played Und ich habe jetzt einfach nochmal Bock drauf Gerade jetzt im Dezember kommt ja sowieso nicht viel wirklich raus Und das Nachfolgerspiel des Entwicklerstudios ist ja jetzt bekannt geworden vor kurzem Ist nicht ein neues Infamous, sondern es heißt Ghost of Shohima Ich hoffe das wird so ähnlich ausgesprochen Ghost of Shohima Auf jeden Fall ein Open World Action Adventure Spiel im alten Japan Darauf freue ich mich auch Denn die Leute von Sucker Punch, die haben es auf jeden Fall drauf Die sind vierige Leute Und ich denke da kommt was sehr sehr geiles Exklusives für die PS4 auch von denen Auf uns zu Und wie gesagt Ich hatte nochmal Bock Infamous Second Son anzuschmeißen Vielleicht hat der eine oder andere jetzt nach dreieinhalb Jahren Auch mal wieder Bock auf das Game Begleite mich bei dem Let's Played Würde mich sehr freuen auf jeden Fall Also wenn ihr Bock habt Unterstützt es, supportet es Lasst eine Bewertung da Lasst uns gemeinsam ein bisschen Spaß haben Let's go Lasst uns gemeinsam ein bisschen Spaß haben Lachten Loon Shh Läuel 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Leute, das war's. Das ist Delsenrow. Den spielen wir in Infamous Second Son. Und leider hatten sie damals ja noch die Bewegungsstellung des Controllers mit eingebaut. Naja, was sein muss, muss sein, Leute. Wir kriegen das schon hin. Aber, wie gesagt, immer noch heute, aus meiner Sicht, denke ich, ein geiles Spiel. Und wir sprayen jetzt hier erstmal die Wand zu, weil wir ein cooler Dude sind. Das muss noch mal ein bisschen verbessert werden, jetzt hier. So, ein bisschen mehr Details. So, schön. Ich denke mal, viele von euch kennen das Spiel noch. Aber vielleicht kennen einige das Spiel noch nicht. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr das Spiel noch gar nicht erkennt. Dann habt ihr auf jeden Fall was drauf. Ja, du bist ein kleiner Bad Boy. Okay. Ja. Das wird gehen. Genial. Ja. Genial. Wer ist da? Ich bin's nur, Betty. Und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Äh, äh, ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so akomisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus. Steht dir echt gut. Im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts. Nur... Hast du was angestellt? Noch schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt dir fünf Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, weil ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in fünf Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Ach ja. Dass dieser Kerl nichts Besseres zu tun hat. Oh mal, Betty. Die ist schon eine Nette. So, wir müssen weg. Müssen abhauen. Weiß gar nicht mehr, wo lang eigentlich. Da klopft er ja da vorne. Aber ich glaube hier hoch. Ich muss hier irgendwie raus. Das ist so lange her. Ich dachte, ich dachte, es wäre übers Dach gewesen. Aber wo war denn nochmal der Ausgang? Hier einfach raus? Ganz normal? Ach, zu. Zu, verdammt. Ich bin auch ein Affe. Da, Exit. Oh Gott, Alter. Ich bin so eine Holt. Manchmal. Einfach vorbeigelatscht. Fängt ja super an. Spätestens jetzt hat der Rest auch rausgeschaltet. Kein Bock mehr. Da kann er ja gar nicht zocken. Obwohl es gibt ja sehr, sehr große YouTuber, Gamer, Let's Player, die eine riesige Zuschauerschaft haben, obwohl sie absolut gar nichts zocken können. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Entertainment ist gefragt. Mensch, und da, Alter. Wow, wow, wow. Da bin ich auch ganz vorne mit dabei. So, das sieht verdammt gut aus immer noch. Dreieinhalb Jahre später, ey. Mann, 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 ey. Das sieht echt immer noch saunice aus. Ja, und wie gesagt, immer noch einer der coolsten... Schön hier auf der Vogelscheiße. Immer noch einer der coolsten Exklusivtitel, finde ich persönlich. Auch das Standalone-Add-On. Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit... Wie hieß das? Lights? Irgendwas. Oh, wie hieß denn das? Mit der... Mit der... Mit der... Mit dem Mädel dort. Weiß gar nicht mehr. Das war auch ganz nice eigentlich. Und solche Spiele, solche Open-World-Action-Adventure-Spiele sind ja ohne Ende in der Mache. Da hat Sony alleine schon sehr viel in petto demnächst, nächstes Jahr. Alleine Days Gone. Ich denke mal nicht, dass das Sucker Punch-Spiel auch schon nächstes Jahr kommt. Dieses Ghost of Shurima, wenn es so ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr kommt, wenn es jetzt erst angekündigt wurde. Ah, schon mal. Wer zieht euch? Wer zieht euch? Das war knapp. Alles cool, Delsen. Das ist noch ein bisschen mit der Show unklarkommt, wenn er anfängt, sich festzuhalten. Weil oftmals springt er irgendwie nur gegen die Wand und hält sich nicht fest. Was nicht so cool ist. Nicht runtersehen, alles nur nicht runtersehen. Alles cool, ich gucke runter. So tief ist es nicht, Delsen. So tief ist es nicht. Und Höhenangst solltest du im Laufe des Spiels nicht haben. Der Plan läuft wie geschmiert. Hey, Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Hast du keine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, das ist... Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Hör mal, da draußen läuft eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzub... Wovon zum Tottel redest du überhaupt? Warum lässt du dich sein, wer ich bin? Nein, erklär es mir. Erzähl mir, von welcher heftigen Scheiße du uns retten willst. Wenn du zuhören würdest, würde ich dir erklären. Wirklich, denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Ich folge den beiden. Bleib du zurück, das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben, okay? Okay, wegbleiben, wir laufen drauf zu. Du... Ein Millie... Verdammte Scheiße. Danke, Mann. Ich dachte, ich würde drauf gehen. Oh, Gott. Hey, loslassen. Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen. Und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich will niemandem weh tun. Ich will nur weg hier, bevor Sie aufkommen. Ich sag dir, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg? Oh, Gott, nein. Ich sag dir, ich werde niemandem weh tun. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel? Was passiert da mit mir? Oh, Gott, nein! Aufhören, aufhören, aufhören! Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Mein Gott. Oh, mein Gott. Lass dich heute aufhören! Reg? Reg, du musst mir helfen! Was ist passiert hier? Oh, yes, Leute. Die Kräfte entwickeln sich langsam. Reggie! Nein! Reggie! Reg, alles okay? Das denn? Was war das? Ich muss das Ding wegkriegen. Aber du bist... Ich muss dich da rausholen! Ja. Ja. Okay. Hilf mir schieben. Nein, nein, nein! Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf! Reg, es hört nicht auf, Mann! Alles gut. Du bist okay. Nur atme. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein! Nein. Du bist mein Bruder! Okay? Du bist mein Bruder! Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen. Das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Ich bin hier weg. Du bist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Okay. Ja, ja, alles ist klar. Alles ist gut, Reggie. Du hast nur eins, keine von diesen Tricks mehr, ja? Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft, ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. Okay. Ich... Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Das ist es nämlich nicht. Schengliff, wir kommen nicht rein! Schengliff, wir kommen nicht rein! Der Kopf klammt! Ich glaube, dass wir jetzt so was sind. Oh Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist der da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Na los, finden wir es raus. Der Heldsen ist auch ein Bioterrorist. Der Heldsen ist auch ein Bioterrorist. Oh Gott, ihr seid so dumm, Leute. Gut, geh. Beruhigt die Menge. Ich bringe Hilfe mit. Sieh nach, ob Betty mit dem Bioterroristen da drin ist. Und pass auf. Man weiß nie, wozu du... Holy shit. Luftschächte. Gut zu wissen. Ja, ist ganz geil. Praktisch vor allen Dingen. Nicht gut! Und diese Kamerafahrten, die sind so nice bei dem Spiel. Wow, das tut sicher weh. Das ist alles so nice in Style, ja. Oh ja, das funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Boah, das ist verdammt dunkel. Gleich noch, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen weg von hier. Lachen Sie weg von mir. Ich versuche Ihnen zu helfen. Nein, lachen Sie weg von mir. Stopp! Der hat sie ihn. Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan. Du bist ein Conduit. Betty, ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus. Gut, ich bin weg. Nein, erst bringst du das in Ordnung. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam... Mann, ich war unaufhaltsam. Bis dass die Juppie mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das D.U.P. Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dran. Halt, halt, halt! Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Du gehst nirgendwo hin. Bis das in Ordnung ist! Es ist echt verdammt, es ist wirklich verdammt. Verdammt dunkel, Leute. Untertitel ist an. Helligkeit. Nummer zwei höher. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Kongrel-Kleiner. Ein Bioterrorist. Willkommen im Laufe um dein Leben, Club. Und genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Du gehst nirgends hin, bevor du das in Ordnung gebracht hast. Das kann man nicht in Ordnung bringen. Dann... Zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit. Das D.U.P. ist unterwegs. Und sie weiß, dass Kiraplar kenne. Es ist so geil mit den Fähigkeiten. Es ist so geil einfach nur. Das Feuer verschafft uns nur zwei, drei Minuten maximal. Ich muss hier weg. Ich gehe nicht zurück nach Körgenkegel. Naja. Wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Nicht wegen mir. Du wurdest gesehen, Kleiner. Wir Leute hier fischen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Regen rett. Das juckt den gar nicht, dass ich auf den einprügel wie sonst was. Na, ah ja. Ich muss, ich muss das Tatschmittel nehmen, natürlich. Lass mich einfach gehen. Lass mich hier abhauen. Und niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp. Wir können doch reden. Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Gut. Wir haben ihn, oder? Ich hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders für ihr da. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihm sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich, äh, kipp mir Mühe. Du wirkst nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus zwei Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Ähm, erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über... Verschwörungen? Äh, ähm... Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen. Und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Tja, ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist. Was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was, was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich hab Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Nicht... Ah! Tut ziemlich weh, hm? Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty, nicht! Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Tja, gut oder böse, Leute? Gut oder böse? Ihre Freiheit zu riskieren, um Betty zu beschützen, ist der erste Schritt, um ein Held zu werden. Opfern sie den Stamm. Andere in Gefahr zu bringen, um sich selbst in Sicherheit zu bringen, ist der erste Schritt, um ein Schurke zu werden. Wir sind der gute Boy. Der gute, nette, süße Boy für die Ladies. Und die arme Betty können wir nicht da ans Messer liefern, das Geld. Ich bin ein Conduit. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit. Okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von... von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ah! Gott! Bertin. Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ah! Ah! Ja, hab gehört, das soll wehtun. Beschützer! Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Held zu werden. Jawohl, haben wir. Wachen! Kuchen! 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 Die Karmaschufe, sie sind auf dem Weg an der Held zu werden. Was zum Henker ist hier los? Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Wie lange war ich weg? Gab es hier nicht irgendwie auch so kleine Easter Eggs? Denn Sucker Punch hat damals auf der Playstation 2 zum Beispiel die Sly Raccoon Spiele gemacht. Was übelst geiler Jump'n'Runs waren. Und das muss man sich eigentlich mal reinziehen. Also da müsste man eigentlich so ein extra Video drüber machen, wie das alles da entstanden ist. Playstation 2 Zeiten war für Sony so die Hochzeit der Jump'n'Runs. Ratchet & Clank, Sly Raccoon und Jack & Dexter. Und die Studios, die großen drei Studios machen jetzt richtig große Blockbuster Titel. Sucker Punch wie gesagt jetzt Ghost of Tsushima. Insomir Games die früher Ratchet & Clank gemacht haben und ja auch letztes Jahr Ratchet & Clank gemacht haben. Machen ja jetzt das exklusive PS4 Spider-Man Spiel und Jack & Dexter, Naughty Dog, brauche ich euch nicht erzählen, was sie machen, ne? Brauche ich euch nicht erzählen. Und das ist halt so krass, dass Sony sich die damals schon geangelt hat, exklusiv für ihre Konsole entwickeln zu lassen und die das immer noch machen und sich alle Studios deutlich weiterentwickelt haben. Mit der Zeit auch. Krass, Mann. Ah, geil. Einfach nur geil. Oh, der kleine Wauwau. Ah, hier. Die kleine Knackfigur. Nice, 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 nice. We miss you. Oh, Mann. Betty? Gut, Leute, das soll es denn gewesen sein an dieser Stelle. Solltet ihr Bock haben auf eine weitere Folge zu Infamous Second Son, auf ein Projektchen zu dem Spiel, lasst es mich doch gerne wissen. Vielleicht hat der eine oder andere, ja, wie gesagt, wirklich auch nochmal Bock, das Spiel zu erleben. Und vielleicht gibt es ja auch da Leute draußen, die das Spiel noch nicht kennen. Ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, Leute. Unterstützung werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen und hilft natürlich immer wieder sehr weiter und ist halt auch, wie gesagt, das Zeichen halt schlechthin, habt ihr Bock oder habt ihr nicht Bock. Das war's, ich danke fürs Zusehen erstmal, haut rein und tschüss.